Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Künzelschau. Heute sind wir im städtischen Bauhof unterwegs am Prübling und im Hintergrund seht ihr nicht nur eine schöne Waschhalle, sondern da stehen insgesamt ja 150 Bäume parat und zwar haben wir eine Aktion ausgeschrieben, Obstbaumflächen erhalten und fördern, das war das Motto und da geben wir heute 100 Bäume aus und dann haben wir nochmal zusätzliche 40 Bäume ausgelobt an Private, die auch diese Bäume in ihre Gärten pflanzen wollen und damit wollen wir die Streuobstkultur in unserer Region und bei uns insbesondere in Künzelsau fördern, auch auf städtischen Flächen, werden wir noch ein paar Streuobstbäume pflanzen und dann, wenn ihr heute Abend noch nichts vorhabt und ihr euch noch kein Ticket gesichert habt, dann kommt doch in die Künzelsauer Stadthalle zur ersten Künzelsauer Lachnacht, da gibt es mächtig was zu lachen und ich hoffe, ihr seid dann mit dabei und wenn ihr nächste Woche unterwegs sein wollt oder beziehungsweise ab dem Wochenende, also schon ab morgen, nämlich vom 9. bis zum 11., da gibt es in Morsbach die Kerwe, also auch da gerne mit vorbeischauen und dann steht am nächsten Dienstag schon die nächste Gemeinderatssitzung an, das heißt, auch da lohnt sich ein Blick in die Tagesordnung und vielleicht interessiert euch ja der ein oder andere Punkt, dann schaut doch einfach im öffentlichen Teil vorbei und mit diesen Informationen wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende und sage bis bald.